Hallo wieder von der Gamescom. Wir stehen heute am Stand von Sokrates. Neben mir steht der Patrick. Magst du dich einfach kurz vorstellen und vielleicht auch gleich Sokrates noch mit vorstellen? Hallo Patrick von Sokrates. Wir sind eine Videospielfirma, die sehr viel Werte auf ästhetisches Gameplay legt. Und deswegen haben wir auch ein handgezeichnetes Videospiel dabei. Ja cool, also du hast es jetzt schon angesprochen. Man sieht es ja gerade auch schon im Hintergrund. Ihr habt hier ein handgezeichnetes Videospiel. Möchtest du darüber ein bisschen was erzählen? Also wir haben angefangen mit den Handzeichnungen, weil wir das eben schon beherrscht haben. Wir wollten einfach so als Hobbyprojekt was machen und 3D-Modelling war uns zu schwer. Dann habe ich gesagt, hey Leute, wir zeichnen das einfach alles und haben dann gemerkt, dass es wahnsinnig viel Aufwand. Weil der Hauptcharakter, der hat 600 Zeichnungen jetzt. Der muss ja von 8 Richtungen gezeichnet werden. Und zwar für alles was er tut. Wir haben dann schon gemerkt, huiuiui, das kann doch was werden. Aber der Look war halt einfach so gut, dass wir dann gesagt haben, das zieht jetzt halt durch. Und jetzt sind wir hier an der Gamescom. Das Spiel kommt im Februar raus. Die hat wirklich tausende Zeichnungen, weil es ist ja nicht nur der Hauptcharakter, sondern auch die ganze Umwelt und die ganzen Nebencharaktere. Aber es kommt gut an und es ist ein USP für uns, also ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, ist schon cool. Also das Spiel heißt Rough Here in the Riverside, weil es jetzt glaube ich noch nicht erwähnt wurde. Ja, sorry. Ja, alles gut. Und ja, bei Spieleentwicklung geht es ja auch immer sehr viel um die finanzielle Frage, um Geld. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine Crowdfunding-Kampagne gehabt oder irgendwelche Spieleförderung vielleicht schon in Anspruch genommen? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ja, Crowdfunding, das wollte ich nie machen, weil ich mir gedacht habe, der soziale Druck ist dann zu hoch. Stell dir vor, du setzt es in Sand und bei so einem gewagten Konzept kann es ja sein, dann sind irgendwie 5000 Leute sauer auf dich. Also Crowdfunding ist nichts für mich. Deswegen haben wir uns an die Förderprogramme von Bayern gewandt. FFF Bayern haben das auch bekommen von dem ersten Prototyp und danach an die Bundesförderung, um das Spiel herzustellen, so wie es jetzt hier ist. Das hat auch beides toi 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 geklappt und sind wir sehr dankbar. Wie war das vom bürokratischen Aufwand her? Also war es sehr aufwendig oder war es noch machbar? Es war machbar. Mir fällt es aber auch leicht. Also ich kann lesen, schreiben und bin auch nicht auf den Mund gefallen. Ich weiß auch, was ich will, aber muss es schon gut beschreiben können. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Leistung ist, die man nicht jedem abverlangen kann, wenn du da nicht aus dem Metier kommst. Aber das betrifft jetzt halt nicht die Bürokratie, sondern eher die Anforderungen von der Antragstellung. Bürokratie wäre für mich dann eher sowas, du reichst was ein, es ist nicht perfekt, aber es kommt gar kein Feedback mehr, sondern du fällst dann einfach durchs Raster, ohne dass du da mal was gehört hast. Das finde ich immer die schlimmste Bürokratie, ist mir hier jetzt aber nicht begegnet. Ja, okay. Ganz im Gegenteil, aber das ist halt ein Einzelfall. Wir hatten halt eine wahnsinnig tolle Sachbearbeiterin, die konnten wir auch anrufen, die hatten schnell auf E-Mails geantwortet und das war ein riesen Vorteil für uns. Ja, das klingt ja schon mal sehr cool. Habt ihr irgendwelche Wünsche an die Politik, was vielleicht in Zukunft besser laufen könnte oder seid ihr komplett zufrieden aktuell, wie es läuft? Nee, da gibt es schon ganz viele Stellschrauben. Eines betrifft die Förderhöhe. Denn manche Entwicklerstudios, gerade am Anfang, wir haben ja überhaupt nicht viel gebraucht, ganz, ganz wenig. Und dann hieß es aber, ah, das ist leider unterhalb der Schwelle. Na, okay. Dann haben wir halt gesagt, na gut, dann legen wir es halt für noch ein Jahr zusätzlich aus und dann hat es gepasst. Aber macht lieber kleine Summen. Es gibt ja viele große Firmen hier in Deutschland. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die wir antragen gleich ein, zwei Millionen. Und damit kannst du sicher, ey, da kannst du 50 solcher Spiele anschieben, noch mehr. Also, wenn man sagt, 100.000 ist halt so viel an den nie gebraucht. Wenn man sagt 50.000, ey, und andere kriegen halt drei Millionen, dann lieber sowas hier fördern in die Arena Boost. Das ist wirklich so der Inkubator für neue Firmen. Und nicht nur bestehende Firmen, dass die überleben. Also, das wäre für mich so eine Sache, mal bitte die Förderrichtlinien dahin gehen, checken, was denn da die, auch die Kleinbeträge, dass man auch Kleinbeträge abrufen kann. Ja, das klingt ja schon mal ganz interessant von den ganzen Verbesserungsvorschlägen. Jetzt einfach zu Gamescom selbst. Entschuldigung. Seid ihr zufrieden, wie es bis jetzt läuft? Wie ist das Feedback? Ist das gutes Feedback? Ja, absolut. Also, diese Sache mit dem Handgezeichneten, das fällt halt eben raus. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Das ist ja das Allerwichtigste für uns, dass nicht nur zufriedene Spieler, sondern auch Multiplikatoren und Spread the News. Und da können wir uns nicht beklagen. Da waren jetzt halt die Rocket Beans da und IGN und noch ein paar andere. Game Two war noch da. Jetzt darf ich keines vergessen. Ja, ansonsten. Danke an alle. Ja, also, vielen Dank fürs Interview. Es klingt sehr interessant und ich bin gespannt aufs Spiel, wenn es dann rauskommt. Ja, du weißt ja, wir haben tolle Zeichner gehabt. Dein Bruder war auch dabei, das ist ja so schlecht, kann es ja gar nicht sein. Ja. Leute, ciao. Ciao.